Hallo, hallo zusammen, hallo Christian. Hallo, schönen guten Morgen zusammen, hallo Dustin. Willkommen zu einer neuen Runde Market Roundup. Und ja, wir haben wieder viele spannende Themen. Es ist zwar weniger los in der Börse, so wie man das gewohnt ist aus dem August, aber es ist doch einiges passiert. Ich gehe mal eine Folie weiter. Wir haben viele Themen, die doch so ein bisschen makroökonomischer Natur sind. Wir haben Deflation in China, wenig Wachstum. Das war tatsächlich eine Nachricht, die die Märkte letzte Woche sehr stark bewegt hat. Wir hatten Inflationsdaten, Verbraucherpreisdaten aus den USA, Erzeugerpreise aus den USA, standen sich so ein bisschen im Konflikt. Das eine war eher sinkend, das andere dann doch irgendwie wieder steigend und so richtig... Hat sich aufgehoben. Genau, so richtig eine Stimmung gab es nicht, kann man so sagen, am Markt. Wir gucken gleich mal rein. Und ja, wir haben Studienergebnisse und Übernahmen gehabt. Da gab es zwar so ein paar besondere Ergebnisse, Quartalszahlen auch, aber insbesondere auch diese Übernahmen und Studienergebnisse haben den Markt wirklich beflügelt. Ja, unten steht so ein bisschen kryptisch CPKC. Das werden wir uns heute angucken. Eine Aktie insbesondere im Schienenverkehr aktiv. Und das hat der eine oder andere vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm, aber es ist ein sehr profitables Geschäft. Und damit ein Geschäft, was für uns natürlich auch interessant ist als Investoren. Ja, gucken wir uns mal an. Genau, wir machen es heute mal ein bisschen anders und versuchen nochmal einen etwas größeren Blick hier zu werfen auf die Märkte. Und ihr seht das hier mal. Ich bin mal rübergegangen zu TradingView und gucken mal auf den Chart. Und ihr kennt das, wir gucken uns ja gerne am Anfang diesen Chart auf etwas größerer Sicht an. Und was wir hier gut sehen können, ist, dass die blaue Linie ist quasi der Strich der Woche, wo die Woche letzte Woche begonnen hat. Was wir aber sehen ist, dass wir natürlich seit 2020 in diesen Hoch- und Tiefphasen hier im DAX waren. Jetzt hier mal auf Tagessicht. Aber auch sehen, dass wir so oben ja so ein bisschen in so einer Konsolidierungsphase uns befinden. Wir hatten teilweise ein bisschen Übertreibungen, kann man so sagen. Zumindest am Markt hat man das so gesehen. Dann ist es wieder zurückgekommen und jetzt pendeln wir uns gerade. Das sieht man ganz gut, wenn ich jetzt hier mal auf die Kerzen gehe der letzten Wochen. Auf so einem Niveau hier hinten ein. Und dort sehen wir ganz gut, wie die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen vor sich her getrabt sind, kann man so sagen. Aber es gab so eine gewisse Konsolidierung. Letzte Woche ging es, wie gesagt, ein Stück oder beziehungsweise die Woche davor ging es ein Stück zurück. Und jetzt haben wir hier den Beginn der letzten Woche. Und was wir hier ganz gut sehen können, ist, dass wir da auch ziemlich von einzelnen News teilweise bestimmt waren in den Wochen. Wir haben jetzt so eine leichte Aufwärtsbewegung gehabt. Aber ich habe es gerade eben angesprochen. Dann kam doch wieder ein bisschen Gegendruck. Oh, jetzt bin ich hier einmal zurückgesprungen. Gegendruck auf den Märkten auf verschiedenen Ebenen insbesondere. Haben wir gesehen, dass wir doch nicht ganz auf so einem positiven Momentum weitergeritten sind, wie wir gedacht haben. Anfang der Woche gab es ja diese News aus China, die ich angesprochen habe. Und da hieß es einfach, weniger Wachstum als erwartet. Weniger Importe als erwartet. Weniger Exporte als erwartet. Und man ist in so eine leichte Deflation gerutscht tatsächlich. Und wir wissen ja, wir wünschen uns hier vielleicht alle in den westlichen Ländern gerade wieder Deflation nach den Jahren der starken Inflation. Aber grundsätzlich ist Deflation halt kein gutes Beispiel für Wachstum, weil es eher dazu führt, dass Geld gehortet wird. Eher dazu führt, dass eigentlich weniger Geld ausgegeben wird, weniger verkonsumiert wird. Und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Man möchte ja eigentlich dieses stetige Wachstum haben der einzelnen Sparten, insbesondere auf Konsumebene. Und da ist es natürlich nicht gut, dass diese Wachstumszahlen aus China gerade so schlecht sind. Und wir wissen es, der deutsche Markt ist sehr stark verknüpft, auch mit dem chinesischen Markt. Und wenn da einfach weniger von uns auch importiert wird, die Industrie weniger wächst, dann tut das dem Markt auch nicht so gut. Das sieht man ganz gut, warum wir hier auch nicht so richtig aus den Puschen gekommen sind. Und hier, das ist jetzt der Dienstag gewesen, wenn wir auf den Montag blicken, dann hatten wir eigentlich einen ganz guten Wochenstart. Dann gab es aber diese News, dann gab es diese Inflationsdaten aus den USA, die eigentlich positive Stimmung gezeigt haben. Danach folgten dann die Konsumpreisdaten. Und das sehen wir noch ein bisschen besser tatsächlich, wenn wir hier auf den S&P 500 blicken. Ich gehe jetzt hier auch nochmal auf den Montag der letzten Woche und da sehen wir, dass es da eher nochmal so ein noch stetigeres Momentum bergab gab. Weil ja, man doch dann wieder diese Befürchtung nach noch mehr Zinserhöhungen hat. Wenn die Erzeugerpreise steigen, wissen wir ja, das ist so eine Vorbote eigentlich der steigenden Preisdaten auch für die Konsumenten. Und ja, das führt in Summe dazu, dass man eventuell doch damit rechnen könnte, dass es nochmal einen kleinen Zinsschritt gibt. Und die Angst ist da natürlich ziemlich groß. Zinsschritt gab es ja dann in China, allerdings nicht nach oben, wie wir es gerade eben in Europa oder in England oder in Amerika erleben, sondern nach unten. Also das eben schon mal ein Zeichen, genau in die entgegengesetzte Richtung. Und absolut, wir sind ja beim DAX in dieser 200er-Punkte-Range zwischen 15.800 und 16.000. Daran spielt sich alles ab. Und wenn man sich halt dann eben nochmal die US-Märkte anschaut, dagegen ist der DAX relativ stabil. Relativ deswegen, weil heute, und das war eben auch bei uns in einem Live-Training-Raum vorhin zu sehen, relativ ruhig zur Markteöffnung. Und jetzt gerade geht es so ein paar Pünktchen weiter runter. Wir sind aktuell so bei 15.780 in dem Bereich, je nach Kursstellung und Notierung der einzelnen Broker natürlich. Aber da wird die Unterseite nochmal getestet. Genau, genau, genau. Sehr spannend. Und die einzige Mark tatsächlich, der es ein bisschen besser getroffen hat in der letzten Woche, das sieht man so ein bisschen im Dow Jones, der ist, wenn man hier auch nochmal den Tag markiert, relativ seitwärts gelaufen. Wir haben gerade eben so ein bisschen eher die Abwärtsbewegung gesehen im S&P 500. Und halt auch hier noch verstärkter halt im Nasdaq. Also da sieht man es ganz verstärkt, wenn man hier in die Woche blickt. Also wir sind hier am Montag und da sieht man wirklich einen stetigen Abwärtsbewegung. Dann mal wieder ein Rebound jetzt gestern gegeben. In Video sei Dank. Genau, da gibt es wieder so ein bisschen mehr Hoffnung. Da gab es ja auch einige Abverkäufe in der Woche. Und ja, da hofft man jetzt eigentlich doch wieder, dass es nicht zu diesen Zinserhöhungen kommt. Dass man doch diesen Push kriegt, dass man auf diese Trends halt weitersetzt. Man muss auch sagen, die Ergebnisse, die waren jetzt eigentlich ganz gut, die letzten Geschäftsergebnisse. Ein bisschen besser als erwartet, muss man sagen. Die Gewinne sind zwar eingebrochen, aber insbesondere halt im Energiesektor, da gab es halt diese Übertreibung in den letzten Jahren durch diese sehr, sehr hohen Preise. Da sind die Gewinne um 50 Prozent eingebrochen. Und im Gesamt S&P 500 sieht man aber, dass die Gewinne nur so um ein Prozent eingebrochen sind. Und dementsprechend eigentlich ganz positiv. Insbesondere, wenn man gerade den Ausblick vieler Analystenhäuser betrachtet, da rechnet man eigentlich damit, dass man im vierten Quartal wieder wächst. Und selbst im dritten Quartal eigentlich vielleicht schon wieder so ein positives Momentum hinlegen könnte. Ist natürlich sehr positiv die Einstellung, aber da glaubt man einfach daran, dass man diesen Zenit überschritten hat. Dass es keine Zinserhöhungen mehr gibt, dass sich das alles jetzt so ein bisschen wieder bündelt. Insbesondere, wie gesagt, diese Inflationsdaten, die gekommen sind, waren eigentlich gut. Man war zwar ein bisschen über dem Niveau des letzten Monats, allerdings insbesondere war halt da dieses Sondereffekt aus dem Energiesektor, wie es wieder gab. Wenn man auf die Kerninflation achtet, die ist von 4,8 auf 4,7 Prozent gesunken. Und das ist eigentlich das, worauf die FED achtet. Und das ist das, wo halt auch diese Besondereffekte ausgenommen werden. Und wenn sich das weiter in einem Abwärtstrend befindet, dann ist das eigentlich ganz positiv. Was weiter vielleicht ganz positiv ist, ist halt, dass der Arbeitsmarkt so langsam Anzeichen macht, dass er so ein bisschen unter Druck kommt. Er ist ja weiter sehr stark gewesen. Aber so langsam sieht man so ein bisschen, es gibt mehr Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Es gibt weniger offene Stellen. Und ja, es zeigt sich so langsam, dass vielleicht sich da auch mal so ein Effekt breit macht. Und spätestens dann wird wahrscheinlich die FED auch ihren Kurs so ein bisschen korrigieren. Wir haben morgen Abend die FED Minutes, die rauskommen, 20 Uhr. Da gibt es auch noch mal ein Sitzungsprotokoll von der letzten Sitzung, was ja mal zeitlich verzögert für die Öffentlichkeit einsehbar ist. Da werden wir mal schauen, wo die HIs hingeht. Also die Experten oder die vermeintlichen Analysten, und wir lesen ja auch Bloomberg, Barons und was für Mornings, was es dort alles gibt. Und da merkt man aber auch eben die Patz-Situation. Die einen, die sehen eben noch eine zweite Zinserhöhung. Die anderen sagen, da ist schon wieder, lieber mal nicht, lieber abwarten. Der Markt wird das jetzt schon wieder regeln. Also da ist man sich auch noch nicht ganz einig. Genau, die Analysten sind sich auch noch nicht ganz einig. Moody's hat letzte Woche so ein bisschen auf die kleinen Banken geschaut, war ein bisschen kritisch. Aber ja, der große Effekt, den gab es tatsächlich, wenn wir hier mal auf den Hang Seng gucken, in China. Und auch wenn ich hier mal so ein bisschen die Woche nehme, dann sehen wir, ja, das war keine gute Woche für den Markt generell. Und auch ist die Woche nicht wieder gut gestartet, weil wir halt diese weiteren Sorgen haben. Wir haben wenig Wachstum, wir hatten 4,4 Prozent der Erzeugerpreise, die nachgegeben sind. Also ganz deutliche Differtationen in dem Bereich zumindest. Und das deutet alles auf weniger Wachstum hin. Und jetzt kommt halt, wie du angesprochen hast, dieser Stimulus oder er soll kommen. Ja, und die Frage ist halt, wie sehr kann der durchschlagen? Weil ja, die großen Immobilienkonzerne, die machen halt Probleme und die waren sehr stark verantwortlich für das Wachstum der letzten Jahre. Und wir wissen, was alles am Immobiliensektor kennt. Wir haben das selber auch erlebt in den Krisen. Ja, und da kämpft man jetzt gegen an. Wir haben hohe Verschuldungen teilweise in den Städten. Wir haben hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und man möchte einfach gerade da so ein bisschen wieder die Kurve bekommen und wieder in sein altes Muster des Wachstums zurückkehren. Das wäre gut. Übrigens, wenn die Clubmedia auch mal den Hang Seng treten wollen, das ist ja eigentlich immer zu ungünstigen Marktzeiten, nämlich dann, wenn wir alle im Bett liegen. Wir nehmen dort eine 40er-Box. Also ich, bevor die Fragen dann immer wieder kommen, ja, wie handle ich eigentlich den Hang Seng? Also ich weiß, Roland und ein paar andere Clubmedia sind da sehr aktiv und stehen immer da recht früh auf. Also eine 40er-Box im Hang Seng mit unserer Boxtrading-Strategie. Bewegung ist da definitiv da, kann man sagen. Wir hatten aber noch ein paar News auf wirklich Einzeltitel-Ebene. Ich habe es angesprochen, Übernahmen gab es und insbesondere die Übernahme von Capri Holdings hat da eine große Rolle gespielt. Also Tapestry möchte dort quasi die Capri übernehmen. Capri sagt vielleicht dem einen oder anderen nicht, genau etwas ist die Muttergesellschaft von Michael Kors, von Jimmy Scho, von Versace. Luxuskonzerne haben wir hier auch schon öfter besprochen, haben wir ja schon tiefe Analysen zugemacht. Wenn es interessiert, guckt da noch mal in die Aktien- und Investmentwerkstätten rein, wo wir insbesondere auch die großen Konzerne in Europa auch betrachtet haben. Ja, Capri konnte da nicht so richtig wirklich das Wasser reichen. Auch Tapestry war da jetzt nicht gerade so derjenige, der mit den Großen, mit LWM Asch und so konkurrieren konnte. Können sie wahrscheinlich in der Summe immer noch nicht, aber man versucht jetzt über mehr Marken, über bekannte Marken halt wirklich sich eher eine Konkurrenzsituation aufbauen zu können. Die Aktie von Capri Holdings hat es gefreut, kann man sagen, 50% im Plus. Ja, die Käufer wurden dagegen aber eher abgestraft. Also Tapestry ist 17% runter, ist halt eine teure Übernahme, kann man sagen. Tapestry ist jetzt nicht viel größer. Und ja, da wird sich jetzt zeigen, ob man den Großen wirklich auch noch ein bisschen Rechenschaften... Ist also noch nicht durch. Absolut, nee, genau. Es ist quasi jetzt bekannt geworden, aber muss natürlich immer noch am Ende wieder abgesegnet werden. Es dauert alles seine Zeit. Wo es aber auch noch gute Nachrichten gab, sehr gute Nachrichten sogar, wo Novo Nordisk, dänisches Pharmaunternehmen, ist sehr bekannt geworden in den letzten Jahren, kann man sagen. Insbesondere in den Bereichen Insulin, Diabetes, da ist man sehr bekannt geworden. Und ja, macht da tatsächlich ziemlich gigantische Umsätze mit. Ist mittlerweile einer der größten Pharmakonzerne weltweit. Und jetzt gab es wieder eine positive Studie, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das Medikament heißt VEGOVY oder VEGOVY, wie auch immer. Insbesondere dieses Medikament ist halt so einer der Verkaufsschlager und sehr dafür, für diesen Diabetesmarkt ausgelegt. Und jetzt gab es zusätzlich eine Studie, dass man halt auch das Risiko für Herzinfarkte damit zusätzlich senkt. Diese Adipositas wird gut behandelt, also dieses Übergewicht. Alles in allem sehr positive Studien, dass man eigentlich noch zusätzliche Sondereffekte zum eigentlichen Effekt hat. Und ja, das hat die Aktie beflügelt, weil man zusätzlich danach auch noch seine Gewinn- und Umsatzprognosen erhöht hat. Also 30 Prozent operatives Gewinnwachstum, 30 Prozent Umsatzwachstum wird da circa prognostiziert. Das ist schon ganz ordentlich, weil man halt schon ein großer Konzern ist. Wer übrigens auch davon profitiert hat und direkt auf den Zug mit aufgesprungen ist, ist der größte Pharmakonzern mittlerweile im Eli Lilly. Und ja, auch Gerrishheimer hier aus Deutschland. Die Lila Lilly hat nämlich ein ähnliches Medikament, auch da, darüber haben wir schon mal gesprochen, in der Investmentwerkstatt. Munjaro heißt es und es ist eigentlich sehr ähnlich und dementsprechend könnte das da zu gleichen Ergebnissen auch führen. Und ja, Gerrishheimer sind genau die, die halt diese Spritzen machen für dieses Veguvi-Medikament. Und ja, beide Aktien sind auch gestiegen, 16 und 11 Prozent in der Sparte. Also gut für Pharma. Genau, Pharma hat ja eigentlich eine gute Woche, kann man so sagen. Insbesondere natürlich auch, wenn man darauf blickt, dass viele der anderen Unternehmen, wir kennen das bei Pfizer, wir haben es bei Johnson & Johnson, bei AppV, dass die auch genau an diesen Medikamenten forschen, teilweise halt günstigere Medikamente auch mit auf den Markt bringen. Und Novododist findet das gar nicht so schlecht. Die haben gesagt, ja, sie wissen gar nicht, ob sie diese gigantische Nachfrage halt überhaupt bedienen können und finden es gar nicht so verkehrt, wenn es halt auch noch ein anderer auf dem Markt gibt, weil ja, der Markt für Übergewichte, für Adipositas, für Diabetes ist halt gigantisch groß auf der Welt. Viele Probleme in den Industrienationen insbesondere und da freut man sich einfach, das Ganze zu teilen. Sagt man. Ja, sagt man nicht. Genau, genau, genau. Zumindest, wenn man die Nachfrage noch nicht bedienen kann, wenn das irgendwann mal sich ändern sollte, dann gibt es bestimmt eine andere Meinung. UPS, ja, hat solide Quartalszahlen eigentlich geliefert, aber da waren es wieder die Prognosen eigentlich, die schuld waren. Auch da sieht man so Probleme im aktuellen Konsumverhalten, im Zufluss und damit ist die Aktie ja leicht eingebrochen. Hatte aber eigentlich auch einen ganz positiven Run, kann man so sagen. Man ist ganz froh, ja, dass man sich hier auch einigen sollte mit den Gewerkschaften. Das ist ja auch immer ein Problem. Die Aktie 6% im Minus und Alibaba, ja, wir haben es gerade eben gesprochen, sehr viel Negatives eigentlich für den chinesischen Markt. Wenig Wachstum, wenig Bewegung im Markt. Wir haben es in Hang Seng gesehen, gerade eben im Chart. Bei Alibaba war es allerdings, ja, dementsprechend mal wieder eine andere Kurve. Da hat man positiv überraschen können, deutlich die Erwartungen übertreffen können und auch, ja, der Ausblick war eigentlich ganz positiv. Das Cloud-Segment war ganz positiv. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen in unseren Werkstätten. Ganz interessante Aktien, insbesondere weil sie jetzt mal gerade gegen den Markt läuft, obwohl auch die Alibaba-Aktie natürlich in den letzten Jahren stark gelitten hat. Es gab noch mehr, es läuft so langsam aus, ihr wisst das, aber es gab noch ein paar weitere Nachrichten. TUI, auch hier gab es wieder positive Zahlen und auch einen positiven Blick auf den Sommer. Also scheinbar ist das Reisefieber immer noch sehr, sehr hoch und davon sollte TUI ja auch profitieren. 3% die Aktie im Plus. Negativer Siemens, Siemens Energy, haben wir ja schon mal darüber berichtet. Siemens Energy, ja, kommt einfach nicht so wirklich auf einen ruhigen Zeit. Genau, Gamesa macht da einfach wirklich Probleme und die Kosten, ja, für diese defekten Windräder, für die Verbesserung und, 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 die treffen tatsächlich auch den Siemens-Konzern, kann man sagen. Da sieht man auch generell so ein bisschen, ja, abflauendes Wachstum im breiteren Bereich. Deswegen ist die Aktie nur 7%, die ist ja auch breiter aufgestellt, unter Druck gewesen. Aber ja, Siemens schlägt halt fast durch den ganzen Konzern und das ist eigentlich ganz interessant, dass Gamesa wirklich so viele Ebenen eines Konzerns gerade betrifft. Ja, und da versucht man das Ganze, glaube ich, jetzt wirklich sehr stark unter Griff zu bekommen. Hapak Lloyd. Die Hamburger. Die Hamburger, kann man sagen. Sehen wir jeden Tag vorbei, am Weg nach Hause. Sehen wir jeden Tag, ja, absolut. Und die hat eine Halbjahresbilanz veröffentlicht mit einem Gewinn von 2,7 Milliarden Euro. Klingt positiv, ist aber halt 65 beziehungsweise 67 Prozent weniger als im Vorjahr, weil man einfach diese Extrema nicht mehr hatte, die es gab zu Corona-Zeiten, wo sehr viel nachgefragt wurde, wo wir sehr hohe Containerpreise hatten, wo man eigentlich an Preisen nehmen konnte, was man wollte. Hauptsache, das Zeug kam irgendwie an und die Aktie hatte eigentlich jetzt wieder eine relativ gute, positive Zeit in den letzten Wochen, weil man doch wieder auch hier positives Volumen gesehen hat, aber jetzt halt die Zahlen zeigen, dass man aktuell doch unter dem Gewinn liegt und dementsprechend 9 Prozent im Minus ist. Genau, genau. Also letztes Jahr wirklich die Ergebnisse gingen ja durch die Decke, das kann man ja sagen. Das Unternehmen hat aber gute Investments getroffen, hat in Südafrika, glaube ich, da auch nochmal einen Hafen gekauft, welchen komplett oder teilweise zumindest. Also da schlägt man nicht und ja, wenn der Handel, weltweiter Handel wieder zulegt, dann werden auch dort die Nachfragen für die Containerpreise auch wieder steigen. Und ja, Dividenden-Champing, ich weiß gar nicht, was die da gerade haben, 25 Prozent oder um die 20 Prozent, glaube ich, eine Dividendenrendite. Schaut es mal nach, im jeden Fall sehr, sehr hoch. Geh mal kurz hier nochmal rein auf die Aktie von Harpac. Und ich nehme mal am besten mal, ja, nehmen wir mal die Variante hier. Man sieht es hier ganz gut in der letzten Zeit, wie die Aktie sich entwickelt hat und ja, sich so eigentlich von oben wieder nach einem sehr starken Ausbruch gerade wieder so nach unten mausert. Und wir hatten, wie gesagt, eigentlich diese positive Woche sind hier kurz auch über den gleitenden Durchschnitt gekommen, sind dann aber wieder so ein Stück halt jetzt zurückgefallen. Was man aber deutlich halt gesehen hat, dass wir hier extreme Zahlen hatten. Dieses Geld hat man teilweise ausgeschüttet, teilweise aber auch wirklich gut genutzt, kann man sagen. Und die Gesamtbranche ist eigentlich sehr spannend, weil sie sich in den letzten Jahren hier sehr stark konsolidiert hatte. Man hatte ein bisschen Probleme, dann gab es diesen Boom. Und jetzt versucht man gerade wieder so zu gucken, okay, wie schaffen wir es eigentlich, diesen Trend jetzt nachhaltig vorzufolgen. Es gibt gar nicht so viele Container-Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch mal ein sehr spannendes Thema, dass wir uns mal intensiver hier auch nochmal in einzelnen Analysen angucken können. Ja, genau. Wenn du deinen Kopf einmal, Entschuldigung, da sehen wir nämlich dann die Dividendenrendite. Oh, 34,45. Genau, genau. Schön, wenn die immer so wären. Ja, genau. Kein Dividenden-Champion oder Aristokrat, aber aktuell. Also man sieht hier ganz gut, dass wir halt hier einen Sondereffekt durch die Dividende halt hatten. Und diesen Sondereffekt hat man versucht, ja, einmalig natürlich abzubilden, aber halt auch so zu setzen, dass man genau gezeigt hat, hey, dieses ist nicht unser Gewinn quasi für immer. Es sind Sondereffekte. Diese Sondereffekte schütten wir aus. Teilweise investieren wir den Gewinn. Und ja, die Aktie, wie gesagt, wir waren auch... Also wir werden euch dadurch nicht blenden. 2020, genau. Also wir sind auch immer noch auf ganz anderen Niveaus, als wir viele, viele Jahre waren. Und ich habe letztens ein Interview mit dem CEO gehört. Sehr, sehr spannend, wo da auch die Reise tatsächlich hingehen soll für das Unternehmen. Meine Damen und Herren, was ganz anderes, DraftKings. Es geht um Casinos, Sportwetten und, und, und. Und die haben einfach Probleme, weil es Konkurrent gab, Konkurrenz mehr gibt. Und zwar Penn Entertainment hat mit einer Tochter von Disney jetzt einen Vertrag geschlossen, ESPN. Und das ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Disney-Aktie in der letzten Zeit so ein bisschen unter Druck gekommen ist. Weil tatsächlich, ja, man gesehen hat, dass Disney eigentlich in den letzten Jahren immer gesagt hat, ja, Sportwetten passt irgendwie nicht ganz so zu uns. Sportwetten, wir sind ein Familienunternehmen. Jetzt macht man es doch. Und ist quasi so eine Konkurrenz, weil der Sportwettenmarkt insbesondere in den USA halt gerade sehr viel Fahrt aufnimmt. Es gibt ja sehr viel Deregulation. DraftKings war da so einer der sehr großen, noch Alleinstehenden, neben vielen kleinen Fragmentierten. Und jetzt gibt es halt große Konkurrenz. Ja, hat der Aktie, kann man sagen, nicht gut gefunden. Ich könnte es hier eine Stunde erzählen. Aber genau, das sind die absoluten Eckpunkte hier. Der Wettmarkt in Amerika wächst gerade. Ich glaube, aktuell 50 Staaten haben dort eben, also eine Erlaubnis erteilt, dass man dort wetten darf. Das wird also ein bisschen was aufgelockert in Amerika. Und genau, DraftKings oder FanDuel sind die beiden Großen. Und genau, ESPN ist ja der Sportsender. Und jetzt denkt sich natürlich jeder, wenn den ganzen Tag eh schon im Fernsehen auf ESPN über Sport berichtet wird, dann liegt dort eine Kooperation eben auf der Hand. Und die hatten bis jetzt was mit Barstool Sports. Das war aber keine gute Kooperation. Also da waren beide Parteien unglücklich. Und dann ist jetzt eben mit Penn State nochmal ein neuer Vertrag gemacht worden. Und ja, DraftKings wird halt zukünftig nicht mehr auf ESPN zu sehen sein. Deswegen geht die Aktie da nochmal ein bisschen was nach Unsinn. Großer Teil, großer Teil, der das auch ausmacht. Genau, wir haben noch eine letzte Nachricht. Die haben wir ja noch mitgenommen. Plug Power haben wir ja immer mal wieder im Fokus. Hatte eigentlich mal ein gutes Quartal, hat man gedacht. Was machen die? Wasserstoff, sehr stark. Es gibt ja diese großen Konzerne, die sehr stark im Wasserstoffbereich tätig sind. Die ganzen großen Ölkonzerne, die quasi als neue Sparten das machen. Dann gibt es aber auch diese insbesondere nordeuropäischen Konzerne. Und da hat man eigentlich teilweise hochs in den Quartalsumsätzen. Und wir sehen es bei Nel Azar. Die bauen auch immer mehr Umsätze, immer mehr Rückstellungen auf und wollen immer mehr wachsen. Es gab mal so einen Hoch vor ein paar Jahren. Da sind die alle durch die Decke geschossen. Jetzt konsolidieren sie sich sehr, sehr stark. Und das sieht man auch hier wieder. Minus 22 Prozent. Ja, weil man doch immer wieder so Kapitalprobleme hat. Und man hat trotz eines Rekordquartalsumsatzes, wie hier steht, 262 Millionen, auch einen Rekord-Negativumsatz von 236 Millionen erzielt. Und da sieht man, dass man halt eigentlich diese neuen Technologien nach vorne bringen möchte. Aber die Investitionen noch sehr, sehr hoch sind, insbesondere im Wasserstoffbereich. Und ja, dass dem immer wieder so ein Spielball ist, der nach oben und unten titscht. Und ja, wo man als Investor, glaube ich, gute Nerven braucht, um hier wirklich dabei zu bleiben. Plug-Bauer-Aktie, ja, immer mal wieder im Fokus. Irgendwie beliebt auch bei vielen Aktionären, aber tatsächlich eine sehr, eher kleinere und etwas schwierige Aktie. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick auf unser Mitglieder-Depot, also das Depot, was ihr hier im Market Roundup wählt. Wir haben in der letzten Woche dazu gekauft Ferretti Luxusjachten. Christian, du warst nicht dabei, aber wir haben quasi hier uns verschiedene Luxusjachten noch mal angeguckt. Wir werfen gleich, wie gesagt, noch einen Blick auf den Schienenverkehr. Aber ja, Luxusjachten waren letzte Woche das Thema und die Aktie ist tatsächlich ziemlich perfekt nach uns angesprungen. Aber wir sehen auch, im Gesamtsumme waren die letzten Investments, die ihr getätigt habt, mehr oder weniger alle ganz gut. Beide ein bisschen untergedruckt. Wir haben es gerade eben im chinesischen Markt generell gesehen. Ich glaube, das Große, worauf ich ja immer wieder hier anspeche, weil ich einfach hoffe, dass sie noch mal irgendwann die Kurve bekommen, ist hier Biontech, die sind 37 Prozent hier mittlerweile im Minus, seitdem wir hier zugeschlagen haben. Muss man sagen, während viele, viele sehr gut gelaufen sind, also das sieht man hier oben natürlich in den Zahlen, die brauchen einfach mal eine positive Nachricht von ihren Ergebnissen. Und der Umsatz ist mittlerweile eigentlich nicht mehr nennenswert, weil tatsächlich dieser Impfstoff mehr oder weniger eigentlich gerade ausläuft, kann man sagen. Man möchte ihn zwar in der Zukunft weiter produzieren und, und, und. Und da kommt vielleicht auch immer wieder was rein, aber natürlich nicht mehr in dieser Signifikanz, wie es mal vorhanden war. Und ja, die Pipeline muss es am Ende zeigen, was man mit dem gewonnenen Kapital weitermachen kann. Okay, also die Dänen machen es vor, die Deutschen müssen nachziehen. Das wäre, schön wäre es wahrscheinlich, schön wäre es, genau. Aber hier alte Position noch. Ja, also ich glaube, hier eingekauft, wir haben sie am 29.11., wir haben ja gestartet ungefähr im letzten Jahr im Oktober, wir sind ja in Summe ungefähr hier bei 7 Prozent im Plus. 36.000 haben wir noch zu investieren, dann starten wir ja das Depot nochmal neu in ein bisschen andere Konstellation, weil, ihr wisst ja, mich stört hier an immer so ein bisschen, dass natürlich die Dividenden gar nicht gezeigt werden. Und insbesondere bei den Titeln, die halt jetzt hier älter sind, da gibt es schon teilweise signifikante Dividendengewinne, die in diesem OnVista Depot hier gar nicht abgebildet werden können. Wir gehen nochmal weiter und zum eigentlichen heutigen Thema, zu CPKC kann man sagen. CPKC, Canadian Pacific Kansas City, ist quasi der Zusammenschluss von Canadian Pacific und Kansas City, diesen beiden großen Schienenbetreibern, kann man sagen, Schienennetzwerkbetreibern, Eisenbahngesellschaften würde man bei uns sagen, sehr stark im Güterverkehr aktiv, eigentlich fast ausschließlich im Güterverkehr aktiv, hatten aber beide eine sehr lange Historie. Der Merger kann man sagen, der Zusammenschluss der Unternehmen ist jetzt erst vor kurzem richtig offiziell geworden. Im April war es dann wirklich soweit und da merkt man eigentlich eine relativ große Sache, große Eisenbahngesellschaften in den USA ist aber nicht so richtig zu uns rüber geschwappt, weil viele das, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was da für große Unternehmen teilweise und wie alt diese Unternehmen ist. Es hat keine Technologie, es ist kein Tech-Unternehmen, kann man sagen, da sind sie jetzt nicht so aktiv. KI findet man wahrscheinlich auch nicht so stark in dem Bereich, aber halt, wie gesagt, ein Unternehmen mit einer sehr starken Historie. Canadian Pacific, 1881 gegründet, also schon sehr, sehr alt. Insbesondere waren die für diese Westküstenverbindung verantwortlich. Bei Kansas City Suburban, so hieß es da, war 1890 die Gründung, also beides noch im 19. Jahrhundert, kann man so sagen. Und ja, man hat bei beiden gesehen, dass sie eigentlich verschiedene Ansätze hatten, aber das Ziel war es wirklich, die USA und Kanada zu erschließen, im Güterverkehr zu erschließen. Und man hat eigentlich damit angefangen, dass man generell den Güterverkehr und den Schienenverkehr erschlossen hat. Und dann ist man dazu übergegangen, dass man auch neben diesem Güterverkehr immer mehr Unternehmen aufgekauft hat, immer mehr Zusatzleistungen dazu angeboten hat. Dann kamen die Kriegsjahre. In den Kriegsjahren gab es halt sehr viel Gütertransport, insbesondere für die Waffenindustrie. Man musste ja Metalle und so bewegen. Das war ein großer, großer Anteil. Davon haben die Unternehmen beide stark profitiert. Und danach hat man so den Entschluss gefasst, ja, wir möchten eins eigentlich fokussieren, auf ein Geschäft. Wir möchten das Geschäft weiter ausbauen, mit weiteren kleinen Übernahmen. Das ist dann die nächsten Jahre auch so weitergegangen. Und dann gab es ja teilweise so ein Momentum, wo gesagt hat, Schienenverkehr, wir können jetzt alle fliegen, jetzt wird das vielleicht weniger. Allerdings haben die beiden so einen Fokus gefasst und sich an vielen Transportunternehmen beteiligt und dann halt auch diesen ganz anderen Bereichen mehr oder weniger ausgekabt. Es gibt wirklich nur noch Güterverkehr. Und Güterverkehr quer durchs Land. Ich kann es mal hier in der nächsten Grafik ganz gut zeigen. Von quasi Vancouver nach St. John einmal quer hoch von Nord-Süd. Und was man hier genau sieht, ist, dass das halt dieser Zusammenschluss jetzt auch aus CPKC ist, also diese Kombination von Canadian Pacific und Kansas City, weil diese Verbindung insbesondere von Kansas City war, diese von Canadian Pacific. Und diese Verbindung zeigt halt nicht, was dieses neue Geflecht halt jetzt schaffen kann. Wir sehen gleich nochmal so ein bisschen Konkurrenz, was die anderen großen Unternehmen machen, wo es nämlich gerade so fehlt. Wir sehen diese vielen weißen Bereiche, die sind nicht leer. Auch wenn das Schienennetz nicht so dicht ist, wie vielleicht hier in Europa, ist es auch erschlossen in den USA. Was man aber hier sehen kann, ist, dass es halt wirklich jetzt eigentlich mit das größte Netz ist im nordamerikanischen Bereich. 32.000 Kilometer, 200 Umschlagstationen, bis nach Mexi-Uko unten rein. Und ja, dieser hohe Stückzahl an Güterverkehr soll am Ende dazu führen, dass man weiter langfristig Profite machen kann und dass man ja eigentlich die Idee ist ja so klimafreundlicheren, effektiveren Transport schaffen kann. Wir wissen, dass wer die gleiche Menge an Gütern eigentlich mit einem Lkw oder mit Flugzeugen durch das Land transportieren will, der braucht viel, viel mehr Flugzeuge als einen einzelnen Zug und es ist am Ende viel teurer, hat viel mehr Umwelteinfluss, als wenn man es mit dem Zug transportiert. Wer jetzt denkt, ja, das kommt ja alles mit einem Schiff aus China, das ist halt insbesondere der Fall für so viele Güter, die im Niedrigpreissegment halt angesichert werden. Aber insbesondere die Verbindung natürlich aus Kanada, wo auch Rohstoffe herkommen in den Süden und andersrum, ist sehr, sehr erstaunlich. Vielleicht auch im Hinblick, wenn man überlegt, dass der Trend dazu geht, dass man sich ja doch wieder mehr auf sich selber konzentriert, mehr im eigenen Land herstellt, dass man weniger abhängig ist von anderen Nationen. Auch dann wird inländischer oder zumindest interkontinentaler Verkehr wieder wichtiger. Jeder, der in St. Louis wohnt, weiß eben, da legt kein Schiff an. Genau. Irgendwie muss es dann da hinkommen. Genau, genau. Und dafür ist halt Güterverkehr insbesondere. Und es werden auch weniger Strecken gebaut. Also das ist jetzt nicht wie KI, wo es dann andauernd immer neue Unternehmen gibt. Also das ist eine sehr alte, eine eingesessene Branche. Das Schienennetz ist relativ fix. Muss natürlich mal was repariert werden, ist klar. Aber es ist jetzt nicht mit neuen Wettbewerbern da in den nächsten Jahren zu rechnen, die hier auch nochmal von Osten nach Westen oder andersrum irgendwelche Strecken bauen. Also der Markt ist gut aufgeteilt. Wir gucken uns ja gleich die anderen Player mal an. Und das war es dann eben auch. Genau, wir gucken uns gleich nochmal den Chart an. Was man aber hier ganz gut sehen kann, ist halt auch diese gepunkteten Striche. Das sind nur die, die jetzt mal neu dazukommen oder die neue Verbindungen mehr oder weniger sind. Alles andere ist halt bestehend. Und das ist auch so ein Grund, warum es halt zu diesem Zusammenschluss gab. Man sieht es hier ganz gut, aus diesen einzelnen Unternehmen, Canadian Pacific und Kansas City Southern, dass die irgendwie im gleichen Segment tätig waren, aber doch sehr die Defizifizierungspotenzial mitbringen. Wir sehen es hier, den Business Mix von Canadian Pacific und der von Kansas City ist doch so ein bisschen unterschiedlich aufgeteilt, zumindest von der Gewichtung. Und beides führt dazu, dass eigentlich aus diesem Bild, was sehr stark insbesondere hier bei Kansas City auf diesem Merchandise-Kram liegt, aufgeteilt wird in der Gesamtsumme. Was aber halt insbesondere auffällt, ist, dass es im Ländersegment sich deutlich unterscheidet. Also wenn man hier wirklich sehr stark in Kanada unterwegs ist, hier sehr stark in Mexiko, wir haben gerade die Verbindungen gesehen, schafft man halt durch diesen Verbund eine deutlich breitere Diversifikation des Unternehmens. Und damit stellt man sich breiter auf für viel Wachstum halt und für viel Transport, auch interkontinental von Süden am Ende nach Norden. Also passen sehr gut zusammen. Genau. Christian hat es gerade eben angesprochen, hier ist nochmal so ein bisschen der Vergleich, die fünf größten nordamerikanischen Railroad Companies vor der Übernahme, muss man hier sagen. Also hier sieht man es 2018 vom Umsatz. Und hier oben sieht man das von Canadian National. Und also die, die jetzt dann irgendwie gleich auch dann zusammengeschlossen werden mit Kansas City. Aber wir sehen hier oben auch halt diesen Bereich im eigentlich Westen der USA und den Bereich hier im Osten der USA. Eigentlich sehr segmentiert und sehr groß in den Händen eigentlich derer, die dort schon länger auf dem Markt sind. Und was man halt sieht, ist, dass man natürlich durch einen Verbund hier von Norden nach Süden ein Geflecht schafft, was viele Teile des Marktes abdeckt, obwohl man trotzdem fast hier oben sein eigenes Segment am Ende hat. Wir werfen mal einen Blick auf den Snapshot. Canadian Pacific hat zuletzt 19.950 Mitarbeiter gehabt, seit 2021 quasi gegründet, kann man so sagen, weil es halt diesen Zusammenschluss auch gab. Der ist ja jetzt offiziell geworden 2023, aber man hat eigentlich als neue Gesellschaft mit unterschiedlichen Untergesellschaften agiert. 75 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und ich habe es gerade eben angesprochen, und das sieht man sehr stark hier oben rechts im Snapshot, dass halt der Umsatz und der Gewinn doch ähnlich, zumindest in einer ähnlichen Region spielen und dass man ein sehr profitables Geschäft am Ende entwickelt hat. Eine Profitmarge von 40 Prozent ist schon sehr, sehr ordentlich, insbesondere für so ein doch sehr kapitalintensives Geschäft. Das liegt halt daran, dass natürlich die Schienen verbessert werden, sie werden erneuert, aber sie sind am Ende vorhanden. Man kann auf ihnen aufbauen und dadurch auch sehr preisdominant auch teilweise die Preise gestalten. Man ist nämlich sehr oft trotzdem günstiger als Flug- und Frachtverkehr, zumindest wenn man jetzt LKWs betrachtet. Und ja, was man halt sehen kann, ist, dass das Wachstum des Gewinns auch sehr positiv im letzten Geschäftsjahr war. Aber man muss an einigen Stellen halt aufpassen, weil es halt diese Sondereffekte auch gab, dadurch, dass die beiden großen Unternehmen sich jetzt zusammengeschlossen haben. Dadurch ist man auch nur auf einen Umsatzwachstum von drei Prozent gekommen. Was man aber hier sieht, ist, dass das Ganze natürlich nicht ganz so günstig ist. KGV von 29 ist natürlich auch verständlich bei einer Profitmarge von 40 Prozent, weil man halt diesen wirklichen Player am Markt ist. Man kann preisdominierend hier gestalten und am Ende seinen Diktus, seine Marktmacht der Schienen auch ausnutzen. Und insbesondere über diese Diversifikation der beiden Unternehmen will man es halt jetzt auch schaffen, breiter am Markt aufgestellt zu sein, weniger abhängig zu sein. Wir haben in den letzten Jahren Probleme durch steigende Energiekosten. Die haben sehr stark aufs Ergebnis gedrückt, kann man sagen. Jetzt haben wir diese steigenden Energiekosten halt weniger. Man ist so ein bisschen an das Alltägliche angewöhnt. Man hat eher Nachfrageprobleme in bestimmten Bereichen. Wenn man jetzt an die Industrie denkt, wenn die weniger produziert, braucht man einfach weniger Kohle und Stahl aus dem Norden. Jetzt will man vielleicht mehr Güter transportieren, wo man sich anders aufstellt. Und ja, von diesen Effekten kann man halt profitieren und damit langfristiger sein Geschäft auch planen. Was wir ja sehen können insbesondere, ist aber der Verschuldungsgrad von 0,9. Ich gehe nochmal hier so kurz zur Seite. Und da können wir einfach sehen, dass man trotz einer milliardenschweren Übernahme es geschafft hat, seine Verschuldung sehr gering zu halten. Wir hatten ja zwei Unternehmen, die von der Markkabedingung nicht sehr weit auseinander lagen. Und das hat man da aber damit geschafft, dass man sehr viele Aktien ausgegeben hat, muss man sagen. Das heißt, in den letzten Jahren wurde man stark verwässert als Aktionär. Und das hat den Aktionären vielleicht nicht ganz so gut gefallen, hat aber dazu geführt, dass man jetzt als potenzielles Neuinvestment halt ein Unternehmen mit einer relativ geringen Verschuldung hat. Die Frage ist halt nur, wie es halt in Zukunft sein kann. Man muss sich diesem Risiko immer bewusst sein, dass natürlich durch weitere Übernahmen, wahrscheinlich nicht in der Größe, aber natürlich auch eine weitere Verwässerung passieren kann, wenn man den Verschuldungsgrad so ein bisschen im Blick hat. Ich wechsle mal gerade nochmal rüber auf unseren Chart und man sieht es hier nämlich ganz gut auch bei Canadian Pacific. Kansas City muss man ja jetzt sagen in der Summe. Da sieht man ganz gut, wie sich das Unternehmen eigentlich über die letzten Jahre entwickelt hat. Hier gab es eine relativ lange Zeit, in der nicht so richtig viel passiert ist. Relativ viel Zeit, wo man eigentlich viel Boom hatte, wenn man jetzt auf viele andere Bereiche guckte. Natürlich ging es auch hier bergauf. Dann gab es diese Delle hier zu Corona-Zeiten. Danach gab es einen Boom. Fracht braucht man überall. Wir haben es bei Harpac gerade eben gesehen. Es gab diese Übernahme, die dann doch irgendwie ganz gut dazu geführt hat, dass ein positives Momentum geherrscht hat. Aber wir sehen halt auch hier, dass sich seitdem der Kurs sehr stark konsolidiert. Also wir haben ja eigentlich ein positives Momentum, wenn man sich diesen Aufwärtstrend hier mal anguckt und vielleicht auch hier nochmal diesen vorherigen Trend sich anguckt. Dann sehen wir halt, wir haben eigentlich einen sich steiler steigenden oder steiler werdenden Aufwärtstrend, der aber halt hier eigentlich ein deutlich positives Momentum hatte. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, wie ist es denn jetzt mit der Übernahme? Schafft man es daraus zu profitieren? Kostet es am Ende wieder? Wir haben gerade zwar gesehen, finanziert wurde viel über eigene Aktien. Allerdings ist natürlich auch die Frage, schafft man wirklich diesen Operating Leverage daraus zu generieren oder hemmt man sich eher? Wir hatten gerade eben gesehen, Umsatzwachstum 3% ist jetzt nicht gerade super beeindruckend. Aber natürlich muss sich sowas am Ende immer wieder finden. Wir sehen das auch so ein bisschen, wenn wir auf die Daten im Unternehmen gucken. Im Unternehmen selbst hat sich nämlich das jetzt von Canadian Pacific aus gesehen, der Umsatz um 44% gesteigert, in Summe halt wie gesagt nur 2% beziehungsweise 3%. Und das ist natürlich wenig beeindruckend, wird aber halt anders prognostiziert. Also wenn wir jetzt in den Markt generell blicken, dann sieht man einen Markt, der sich eigentlich über die letzten Jahre sehr stark konsolidiert hat, wenig stark gewachsen ist, zwar Sondereffekte hatte, aber eigentlich in der Zukunft halt dem prognostiziert wird, dass der Markt halt weiter wächst. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, wo man halt hinblickt, in diese 7, 7,5% pro Jahr. Das wäre natürlich schon ein gutes Wachstum für doch relativ hohes Volumen, was da gerade generiert wird. Man muss sagen, es ist natürlich auch ein bisschen ein behäbiger Markt. Also es wird nicht passieren, dass da plötzlich doch 50% Wachstum im Raum steht, weil man hat einfach nicht plötzlich mehr 50% mehr Schienenkapazität, 50% mehr operierende Maschinen. Das muss alles Stück für Stück aufgebaut werden. Also setzt man eigentlich auf dieses langsame, konstante Wachstum. Und das ist auch das, was teilweise diesem Unternehmen genau prognostiziert wird. Hier sieht man es mal an der Grafik, die das ganz gut abgebildet hat. Hier war so ein bisschen das Core-Geschäft wieder ans Laufen zu bekommen. Jetzt möchte man hier weiter wachsen. Also es ist die Marktkapitalisierung, die hier abgebildet wird. Und das ist halt, was man als Unternehmen jetzt hier heraus erzielen will, dadurch, dass man dieses positive Momentum gezogen hat. Das mal so als Kurzeinblick, kann man sagen. Wir werden uns das am Donnerstag noch ein bisschen genauer angucken in unserer Aktienwerkstatt, kann man sagen. Da vergleichen wir es auch nochmal mit den anderen Playern am Markt. Wir werfen einen genaueren Blick darauf wert, vielleicht jetzt gerade die Nase vorne in diesem doch profitablen Geschäft. Wir bleiben wahrscheinlich in Nordamerika. Ihr könnt aber natürlich immer gerne auch eigene Ideen mit einbringen, eigene Aktien mit einbringen. Wir analysieren die natürlich immer gerne. Ich werde mal kurz die Umfrage starten. Ihr könnt dann einmal mit abstimmen, ob wir sie zumindest schon mal in unserem Market-Rounter-Depot behalten. Wir können dann immer noch gucken, ob wir sie in unseren richtigen Watchlisten am Donnerstag in der Aktienwerkstatt weiter aufnehmen. Aber ja, an der Stelle mal zu CPKC. Spannender Wert, ja. Genau. Wir gucken noch kurz in die nächste Woche, bevor wir hier zu einem Ende kommen. Man kann sagen, ja, Dienstag, The Home Depot steht an. Einmal noch ein großer Titel. Wir haben Seher, die noch anstehen. Legal und General, ein guter Dividendenzahler für viele. Haben wir hier tatsächlich auch schon mal betrachtet. Da geht es eher ums Versicherungsgeschäft. JD.com, Target, Cisco. Also viel Retail-Geschäft kommt noch. Walmart, natürlich ein absoluter Riese noch am Markt. Ja, und dann kommt noch so ein bisschen was an vielleicht kleineren, bis es dann in John Deere am Ende mündet. Also nochmal so richtige Industrie. Es ist also noch einiges los. Es ebbt noch nicht ab, auch wenn jetzt der Großteil der Unternehmen seine Ergebnisse vorgelebt hat. Sind es nochmal einige, die Indikationen geben können, wie das Konsumverhalten jetzt in den letzten Monaten war. Ja, sehr cool. Auch in der Woche wird es nicht weniger. Wir haben, wie gesagt, noch Industrieproduktion in China. Wir haben Konjunkturerwartungen in Deutschland. Wir haben Entwicklungen des Konsumentenverhaltens generell, auch in den USA. Wir haben Inflationsrate in Großbritannien, in der Eurozone. Also es bleibt weiter spannend. Am Freitag am Freitag. Genau. Also viele, viele makroökonomische Ereignisse auch noch. Ja, und ich habe es angesprochen, wir werden uns einer Woche der Eisenbahnen quasi widmen. Also Eisenbahn erstmal im Fokus jetzt am Donnerstag. Und in der nächsten Woche werden wir uns das auch nochmal in der Tiefe in unserer Investmentwerkstatt anschauen. Werden aber hier am Donnerstag insbesondere auch auswerten, welche Unternehmen da gerade spannend sind und die wir uns anschauen. Sehr cool. Genau, die Umfrage ist ziemlich deutlich quasi gerade gewesen. Ihr könnt gerne noch zu Ende abstimmen. Ich lasse ihn noch kurz offen, aber es sieht sehr stark danach aus, dass sie ihn schon mal ins Depot nehmen. Also Industrie scheint zumindest gerade ganz gut anzukommen. Die Bahn läuft. Genau. Solange sie pünktlich kommt. Alles gut. An der Stelle, Christian, vielen Dank. Dankeschön, Dustin. Euch auch noch viel Spaß. Schönen Vormittag. Bei uns geht es dann weiter um 11 Uhr gleich mit dem Matthias und unserer Box-Trading-Strategie. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.